Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir gehen etwas kränklich, weil ich bin erkältet, dem Ende des Spiels entgegen und müssen... Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss. Ähm... Nein. Oh, wo war denn das? Ja, gut. Keine Ahnung. Nee? Nee? Irgendwo... Wo ist denn das... Ah, nee, das Schloss müsste hier sein. Oh, nee, auch nicht. Wo ist denn diese hohe Mauer von... Lothric? Ist das nicht hier? Ich könnte hier hin und dann nach oben, aber das müsste doch hier sein. Hm. Ach, keine Ahnung, komm, wir gehen von hier... Wir werden mal von hier nach oben gehen. Und... Äh... Ja, schauen mal. Was da abgeht. So, äh... Wie komme ich denn hier wieder raus? Bin ich da weitergegangen? Ich glaube schon. Okay. Mir geht mal... Ich glaube, hier komme ich wieder raus. Genau, von da bin ich damals gekommen. Ist ja auch schon ein bisschen her. Irgendwie habe ich das Leuchtfeuer nicht mehr. Keine Ahnung, ich weiß nicht, welches das war. Burg Lothric. Oh, nee, da muss ich gegen die alle wieder kämpfen. Oh, da habe ich ja voll Bock drauf. So, erstmal in den Popo. Oh, scheiße. Oh, fuck. Äh, Moment. Fuck, das geht nicht. Scheiße. Warte. Aua. Ich habe keinen In-Game-Sound. So, hi. Hi. Geht er zurück? Lässt er mich jetzt in Ruhe? Aber jetzt ist er eh gleich tot. Und ich mache das kurz und dann mache ich den In-Game-Sound an. Oh. Hi. Au. Yo. Meine Fresse, ey. Spasti. So, ähm... Äh... 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 Äh, ja gut. Ja, wir machen es anders. So. Machen wir das Programm an. So. So. Und... Und... So, so. So, jetzt müssen wir eigentlich auch wieder eine Sound-Ausgabe haben. Hoffe ich. Ja, gut. Ja, gut. Oder auch nicht. Fuck. Woran liegt denn das jetzt? Kleinen Moment. So. Probieren wir das Ganze nochmal. Denn mittlerweile ist mein PC der Meinung, er muss jetzt auch immer abstürzen. Finde ich total super. Wir probieren es jetzt einfach, ob ich hier kämpfen kann. Ich glaube, das ist die Ritterrüstung. Vermute ich zumindest. Ah, der ist erstmal down. Hättest du noch Ritterrüstung gucken, ob ich es schaffe oder nicht? So. War das die Ritterrüstung oder war die ganz schön leicht? Vielleicht war es es aber auch nicht. Keine Ahnung. Boah, Alter. PC, bitte stürzt nicht ab. Lass mich einfach spielen. Ich verstehe auch nicht, warum. Aber gut. Okay, bewegt sich nicht. Das heißt, wir müssen irgendwann nach unten und da geht es dann ab. Nee, aber das kann nicht die Ritterrüstung sein. Die Ritterrüstung ist ja noch ein Boss. Das war einfach nur so ein komischer Typ. Scheiße, warte, 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 warte. Na, fuck. Schach, fuck you. Ja. Oh, oh. Okay, das ist jetzt kacke. Gegen zwei von denen habe ich eigentlich keinen Bock zu kämpfen. Wo ist denn jeder Ausgang? Ciao. Boah, ja. Gegen beide zu kämpfen ist natürlich easy. Überhaupt kein Thema. Aber da könnte man euch wieder verziehen. Na, geht doch. Ich will nur einen von euch haben. Ach, du kannst jetzt herkommen. Gegen dich kämpfe ich jetzt. Auch wenn ich Sperrgegner nicht mag, aber das schaffen wir schon. Oh. Hi. What? Wie hat denn der das geblockt? Oh, leck mich doch am Arsch, ey. Oh, weia. Okay. So. Puh. Okay. Der da oben ist ja nicht mehr geboostet. Das heißt, der ist ein ganz normaler Popelhans. Der ist kaputt. Der hat ja auch schon Half-Life verloren. So. Tschüss. Natürlich auch immer ärgerlich, wenn das passiert. In einem Bosskampf. Das Gute ist, wenn der PC abschließt in einem Bosskampf, dann wird der Bosskampf ja zurückgesetzt. Ähm... Von daher ist das auch alle Jude. Mehr oder weniger. So, probieren wir das Ganze nochmal. Ich hatte so zwei, drei Probleme. Hier in der PC ist, ich glaube, bei der Aufnahme oder während der Aufnahme bestimmt sechs, sieben Mal abgestürzt. Zwei kleine Fetzen habe ich gerettet. Und ich hatte das Problem, oder habe immer noch das Problem, dass ich erkältet bin. Aber zudem ist Internet immer noch. Immer noch mit diesem Scheiß-Internet, ey. Ich hatte ja mit der Telekom geredet. Ja, ja, die konnten nichts feststellen. Ähm... Den Zeitraum, den die überprüft haben, da kann das sogar tatsächlich sein. Da hatte ich nämlich keinen Abbruch, aber da war ich auch nicht oft online. Äh, beziehungsweise wenn ja nur abends oder so. Und ja, keine Ahnung, ey. So ein Scheiß, ey. Geh mir jetzt richtig auf den Sack der Shit. Und ich weiß halt auch nicht, was ich da machen kann, ehrlich gesagt. Also ich glaube tatsächlich, ich nix. Was willst du jetzt, ne? Ich muss halt irgendwie bekommen, dass ich das irgendwie mal, ne? Endlich regelt der Scheiß. Aber das geht mir hart auf den Sack. Und ich bin gespannt, ob der PC jetzt nur abschnittst oder nicht, weil... Alter, dann raste ich richtig aus. Dann... Weiß ich auch nicht. Ich hab Windows auch schon wieder neu aufgespielt, weil ich mir dachte, hey, kann man ja mal machen. Bringt ja vielleicht irgendwas. Ja, komm runter. Ja. Warte kurz. Lass dich mal ein Schnipskin trinken. Aha. Wer kann die werfen? Krass. Au. Warum hat das nicht funktioniert? Da war nichts. Also wenn du jetzt nochmal abstürzt, ganz ehrlich, dann... Weiß ich auch nicht. Warte ich mal erstmal nicht kaputt. Ups. Mach doch mal... Ja, lock dich doch auf ihn ein. Ich hoffe, wenigstens die Abstürze sind weg, ey. Aber das ist halt alles momentan echt kacke. Das ist halt auch zum Stream scheiße, ne? Ist halt... Blöd, weil wenn irgendwann mal wieder das, äh, abbricht. Fuck. Ja. So, ich trink mal ein Stück Schim. Oh, warte. Hier könnte ich schon... So. Zwei mit einem Streich. Sehr schön. Ja, du mit deinem Helm-Moppet da kannst du wieder ein Ding. Interessiert nicht. Danke. Ist halt vor allem auch immer so nervig, ey. Weißt du, diese Abbrüche. Ah, diese Fahne. Ich dachte, das wäre ein Drache. Aha. Ich glaube... Oh, ist kaputt. Oh, Leuchtfeier. Ein kleines Leuchtfeuer. Dann werde ich nochmal kurz unterbrechen. Damit ich bis hierhin zumindest habe. So. So. Ist natürlich auch schwierig, sich das immer zu merken. Wie viel Zeit ist dann schon vergangen und... Oh. It's too much for my brain. Geht's hier hoch? Ja. Okay. Wo geht's hier hin? Äh, ist der gleiche Weg, ne? Einfach auf der anderen Seite. Oder? Geh ich jetzt... Äh, okay. Okay. Oha. Lebt der noch? Der wirkt, als ob er lebt. Gut. Ich geh mal da lang. Oh. Hallo. Ach. Oha. So dumm, ne? Das sind die, die ich gerade... Och. So blöd. Ich dachte, das sind neue Gegner. Aber das sind die, die ich gerade schon besiegt habe. Die sind einfach nur, äh, gespawned. Okay. Hier ist eine Sackgasse. Penner. Geht, da oben ist auch noch irgendwas. Komme ich da hin? Ein roter Ritter. So. Gunst der Stunde nutzen. Und direkt töten. Die Lothric Ritterstulpen. Super. Ich nicht das ganze Set mittlerweile. Nee, ne? Nee, schade. Schade, schade, Schokolade. Aber Discord verbindet sich gar nicht mehr. Alles super. Dachte der, der steht nur mal auf. Ah. Oh, zwei Drachen. Oh, zwei Drachen. Oh. Äh, okay. Hi. Ich hätte... rennen sollen. Ich glaube, jetzt habe ich so ein kleines Problem. Wie kommt... Muss ich da rüber rennen? Nee. Nee. Ähm... Bäh. Ja, ist schon gut. Oh, ich habe FPS... 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 FPS Drops. Ähm, warte mal kurz. Wir machen mal folgendes. Ganz kurz. Äh... Mal die auswählen. Warte mal. Wie konnte man... So. Ja. Wow. Heftig. Wow. Huh. Okay. Ja, gut. Ich meine... Ich habe es nicht so weit. Au, 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 au. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Hör auf. Fuck. Fuck. Ich mich tot. Fuck. Okay, vielleicht muss ich von der Brücke runterspringen. Das könnte sein. bin wieder hier gehen wieder hoch also hier gehen die films war echt unter und ich glaube der controller ist nicht mehr drin auch nie komm schon nein oh fuck das ding ist weg oh shit 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 wait das ist jetzt scheiße das controller ding auch ich doch ich habe nichts gehört hoffe aber er ist jetzt so leck mich am arsch okay ich glaube ich muss das spiel noch mal neu starten weil das ist ja ziemlich kacke so es nervt es nervt mich fackt mich richtig ab schöne augenbrauen so ja jetzt ist obs abgestürzt das läuft es richtig geil richtig bock richtig bock pc stürzt ab internet geboren das nervt mich ja meistens das verfickte internet einfach nicht geht ja von denen kann ich mich verabschieden da komme ich nicht mehr hin es ist alle zu scheiße das ist auch der grund warum ich keine ahnung in den letzten wochen nicht gestreamt habe weil das internet eh immer nicht wirklich läuft und funktioniert da hatte ich auch ehrlich gesagt keinen bock drauf weil das nervt mich halt ne ja roll doch ach komm dann halt so ja wobei vielleicht habe ich glück sterbe nicht und dann kann ich das so machen auf jeden fall einer von den drachen ach gott zwei von denen da super ich bin ja er verzaubert ihn klar ja 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 alles cool oh zwei von den pennern ey zwei von denen ist super einer sind schon stehen wollte ich doch weg roll doch gott habe ich das zugegab dass er mich nicht getroffen schlag doch zu Ein bisschen früher wäre toll. Ui, ui, ui. Okay. Ist hier irgendwas? Nee. Geil. Hier ist auch nichts. Nur zwei Gegner, die ich besiegt habe. Okay. Sehr klasse. Wir sind ja bestimmt noch mehr von denen, oder? Ja, hat mich getroffen, deine Mutter, ey. Das ist eine Fahne, ich dachte, da wäre irgendwas. Also außer einer Fahne. Okay, also hier sind viele Items zum Einsammeln, ey. Kann ich jetzt irgendwie die Drachen auch töten oder verscheuchen oder irgendwas? Ja, ja, oh Gott. Okay. Okay, das ist aber nur der, der hier abgeht, ne? Oh, Mann, ey, geht das mal wieder aus? Ein bisschen weg. Geh aus. Ich kann jetzt einfach hier lang. Und, das hat uns gebracht, okay. Fuck, 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 fuck. Oh, geh doch hier rein. Okay. Schnell was trinken. Okay, das bedeutet, ich muss wohl vieler, ne? Alter, wie so. Äh. Okay. Ha. Ja gut Ja gut Dann hier runter Dann machen wir das What the fuck Eigentlich schon wieder so Hä Oh Gott ey Oh Gott 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 Ich bin ganz tot Roll dich doch weg man Okay ich bin ganz tot Ja Und schnell Noch nicht tot Ist doof ist ich komme hier nicht durch Ja Das war vielleicht ein bisschen zuvor ehrlich Das war doof Weg Weg Hilfe Hey So nochmal zwei Dinger verbraten ist kein Thema Also noch vier Hier Oh Gott Oh Gott Der Eritilrapier Okay Mal gucken ob es hier unten irgendwie weiter geht Nö Oder doch Nö Wo ist denn das Wo ist denn das Was ist das Graswappenschick Ja ne Ah Ja gut Wie komme ich hier jetzt weiter Weil dem mache ich ja definitiv nicht genug Schaden Also möchte ich ihn wieder wegkriegen Ja gut Ja gut Jetzt ist es noch nicht vielversprechend Dauert nämlich relativ lange glaube ich und ich habe nur noch drei Schüsse Der Arsch Hart ausgewichen Ah ich habe keine Muni mehr Kacke Ja gut Das ist jetzt doof gelaufen Ach ne Ach ne Na gut So Alles klar Der kann doch nicht schlagen Ist logisch Ich würde eigentlich gerne runterspringen Aber jetzt traue ich mich nicht mehr Kann ich da rüber springen eigentlich? Warte Ich sehe nicht wie bin ich da irgendwo Ok Oho ich bin gleich tot Nein Boah ich hasse dieses Spiel Internetverbindung weg Und Och ey Dann lass doch weiterspielen Ganz ehrlich alter Zum kotzen ey Die Internetverbindung ist abgebrochen Da müssen wir jetzt aber mal sagen Du musst wieder ins Hauptmenü Fick dich Spiel ey Oh kotzt mich das an Dreckshuhren Internet ey Oh oh Ja Na klar Fick dich Alter Fick Fuck you einfach Fuck you einfach Fuck you einfach Ja jetzt sind die 65.000 eh weg Von daher scheiß drauf Alter das ist doch nicht dein scheiß Ernst Mit diesem Uhren Fick Internet Weißt du Ich muss da nochmal machen Und diesmal sage ich dann aber auch Ich zahl da nichts mehr für Ja ne Nee Da hab ich irgendwie keine Ahnung Sollen sie mir das kurzschreiben oder so Ich weiß auch nicht Weil das ist ja schon Weil das ist ja schon Alter schon ziemlich heftig Oh der da hinten wird auch wieder so aufstehen ne Muss den schnell töten Rechtzeitig Rechtzeitig Sehr gut Das war rechtzeitig Ja gut das Ding ist glaube ich Schaff ich es noch? Ja schaff ich es noch Geil Sackgesicht Wo gehst du hin? Weiß doch auch noch nicht Oh guck mal da kommen noch mehr Wo kommen die alle her? Oh da hat sich das gerade gut gemacht Das nicht unbedingt Ah doch ich weiß wo es dahin geht Erstmal ein Schluck trinken Hier komm ich wahrscheinlich wieder runter Ja genau Och nee Ohne Witz Was soll das? Ich stell das jetzt auf offline ey Fick dich Spiel Ganz ehrlich Fick dich Spiel Fick dich Internet Was ist denn das für ein Kack Dass man einfach sagt ja hm Vor allem schon wieder ein Abbruch ey Ich Lächerlich einfach So lächerlich Ja Dann lass mich doch offline einfach spielen Und geh nicht immer online Oder was weiß ich Zum Kotzen ey Richtig zum Kotzen Man kommt zwar einmal hier wieder raus Aber trotzdem nervt es Ja Ja dann komm halt hoch Jo Alles klar Häuf bei dir Ja kann ich ja irgendwie mal wieder weg Jo Na klar Oh Dann muss es gut Okay den muss ich jetzt irgendwie töten ey Aber ich weiß noch nicht genau wie Puh Okay das hat schon mal funktioniert Sehr gut Ja Ja dafür konnte ich mir das auch mal einfangen Ist egal Hauptsache tot Aber was denn jetzt Irgend Ne da komm ich wieder da Hä Okay Okay dieser drückt mir dementsprechend auch nichts Das bringt mir auch nichts Das heißt hier erstmal wieder runter Hier hin Und ich glaube wir sind auch schon bei 30 Minuten Nur eine Sache würde ich gerne testen Und zwar Ob ich Oh leck mich doch am Arsch Kann man da rüberspringen? Wahrscheinlich nicht ne? Wie würde es sich das überhaupt lohnen Darüber zu springen? Da ist nur ein Item Da ist nur ein Item Tja Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung wie ich hier weiterkommen soll Aber ich komme an den Drachen ja nicht vorbei Ich komme an den Drachen ja nicht vorbei Oh ne dann kommen wir gleich wieder zwei von denen Oh Gott ey Wo kommt er denn her? Jo es sind einfach vier Gegner Läuft ja läuft Und tot Okay Das ist das Ende der Folge Ich habe keine Lust mehr Weil diese Internetabbrüche Und überhaupt Geht mir alles mega auf den Sack Und ganz ehrlich solange ich das nicht irgendwie hingekriegt habe Wird eventuell auch kein Dark Souls kommen Weil es nervt einfach Es kotzt mich an Und das macht keinen Spaß Trotzdem vielen Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Wann auch immer das sein mag Haut rein